hallo ich bin so mit leid keine ahnung was hier geht was wir tun müssen da ist mir zu verarschen ist wieder android-engine gemacht ich liebe das hat so wieder so leicht verstörenden style wow ist hier für ein geist wow wow hier kommen wir nicht durch wir können türen glaube ich öffnen wenn wir ja diese hier ich bin gerade mal nicht hier drin ne wow wow hier kommen wir durch der selbe wird never be saved wo why ich gehe jetzt mal hier lang deine seele ist nirgends sicher laufe ich hier im kreis ich glaube ich laufe hier im kreis kann das sein ich habe keine ahnung da ist immer hergekommen da ist immer hergekommen verstehe ich nicht und wieso komme ich hier nicht durch jetzt ist so wow das ist cool ich finde das herrlich das ist ja dieses dieses diesen echt verstörenden style den ich so liebe in spiel wir leben noch das ist schon mal viel wert finde ich und irgendwie habe ich das Gefühl ich laufe schon wieder im kreis oh holy moly ich habe keine ahnung aber hier geht es nicht weiter das ist so creepy nein 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 ich glaube es ist etwas hinter uns kann das sein hier hätte sich was eröffnen sollen wundertprobe aber die ziehe ich immer noch zu aber hier kann man die treppe hoch ich gehe wieder runter ich gehe wieder runter hey irritiere mich nicht das outside hei das ist für mich zu hören das ist so cool gemacht Leute Das ist sowas von cool gemacht. Da kommt er bis zum Teil näher. Wow. Great. Das ist echt klasse. Das sieht alles aus wie so ein Mar... Hau ab. Wir sind weit gekommen. Really? Really? Oh... Es schwebt färmlich. Es schwebt. Es ist so crazy. Herrlich. Hier geht's wieder die Treppe hoch. Es tut mir leid und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich etwas ruhiger bin, aber so ein Spiel muss man auf sich wirken lassen. Finde ich. Sind wir am Ziel? Your soul will never be safe. No. Bin ich kurz vorher... Really? Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Wir waren so nah dran, glaube ich. Oder? Äh... Wo geht der Weg nach oben? Ich habe mein Teilchen verloren. Mein Kügelchen. Meine Seele. I lost my soul. Ich hab... Ich hab... Ich hab den Weg... Ich hab den Weg nicht... Ich hab den Weg nicht mehr nach oben gefunden. Äh... Ich bin so kurz vor dem Ziel. Go away. Nur nach oben. Nur nach oben. I will save my soul. Hinter uns ist im Moment noch nichts. Ich drehe mich immer mal um. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber... Vielleicht. Ich hoffe es. Weil wir wollen doch alle das Ende sehen. We'll see the end. We saved our soul. Es ist einfach herrlich. Es ist so schön. Unsere Seele geht kap... Unsere Seele wird immer der... Die Kugel wird immer weniger. No. Not really. Ich muss mich beeilen. Ich darf nicht stehen bleiben. Don't stand still. Das ist die einzigste Lösung, wo ich habe. So schnell wie möglich... So schnell wie möglich... Nach oben kommen. Versteht ihr? Ihr seht wie die Kugel... Wo ja wahrscheinlich unsere Seele symbolisieren soll. Immer mehr abnimmt. Verstehe ich jetzt nicht. Warum jetzt unsere Seele kleiner geworden ist, Schaut mal, wie klein die Seele wird. Wie klein der Kreis wird. Wie klein der Kreis wird. Wie schnell, aber warum? Die Seele ist weg. Wie schnell, aber warum? Jetzt ist es einfach mal wieder so groß. Und jetzt ist es wieder so klein. Warum? 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 Warum nimmt sie vor allem die Seele so schnell ab? Ich weiß es nicht. Was mache ich anders? Ich weiß es nicht. Ja Freunde, ich würde sagen, ich komme jetzt mal zum Ende. Ihr könnt es gerne selber runterladen und es selber mal probieren. Das war Light Sweet Light. Interessantes Spielchen. Cool gemacht. Ich würde mich auf jeden Fall recht hart über einen Versuch sehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst mir doch gerne ein Like da. Da freut sich alle mal drüber. Oder ein Dislike. Egal. Bitte bewertet dieses Video. Da hilft mir damit. Falls ihr noch kein Auber habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Chris the Held-Button. Und dann doch Subscribe mein Channel. Ich sage... Ich würde mir nur so sagen, genießt das Leben. Enjoy life. Habt Spaß miteinander. Verhaut sich nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschöne Videoentwicklung. Euer Rostigreiter. Danke und Bye. Ciao.